Hallo und herzlich Willkommen am Tele-Stammtisch! Hallo und Willkommen beim Tele-Stammtisch und ich mache euch jetzt hier ein Geständnis. Ich, wie ihr wahrscheinlich auch da draußen, habe einen imaginären Freund. Er heißt eigentlich Sven, aber bei uns intern nennen wir ihn Zero, weil er das große Glück hat, nicht aus der Pfalz zu kommen. Und ich habe es geschafft, mittels modernster Technik Zero zu einer real existierenden Person zu machen und kann endlich meinen stillgehegten Traum erfüllen, nämlich mit Zero eine Besprechung zu machen. Und zwar nur ich und Zero. Hallo Zero. Hi. Schön, dass ich endlich mal wieder in Gestalt da sein darf und nicht nur in deinen Gedanken. Ja, aber in meinen Gedanken bist du stetig bei mir. Als ich gestern in einer Käsetheke stand zum Beispiel, dachte ich mir, Mensch, was würde der Zero für einen Käse nehmen? Und zwar immer ganz klar, klar, Schäder. Was denn sonst? Zero, wir sind aber jetzt hier nicht, um uns gegenseitig Zucker in den Allerwertesten zu blasen. Wir sind hier, um über einen Film zu reden, nämlich Imaginäre Freunde oder kurz If, den neuen Film von John Krasinski. John Krasinski, den kennt man unter anderem als Regisseur sowie Darsteller der Quiet Place Filme aus The Office und hat jetzt hiermit quasi seinen ersten, naja, Familienfilm möchte ich nicht sagen, denn er hat sein Regie-Debüt bei Hollers, der ist relativ unbekannt jetzt, landen wir auch schon, er hat Familienfilm, aber ich würde sagen, If ist schon sehr deutlich ein Familienfilm, ein Film für die ganze Familie. Würdest du da mitgehen oder sagst du, nein, du hast das missverstanden. If ist eigentlich ein neuer Horrorschocker. Es kommt ja ein Monster vor, also Blue. Ne, aber jetzt mal ohne Spaß, es ist ganz klar ein Familienfilm, der auch zwischendurch natürlich viel für die Großen hat, aber auch ganz stark an die kleinere Zielgruppe angelegt ist. Also das ist schon ganz klar family-friendly. Also ich finde auch, dass wenn man sich die Besetzung anschaut, vor allem in den USA, wird das glaube ich so sein, das ist schon eine Besetzung, die lockt halt wirklich klein und groß in die Kinos. Du hast natürlich das Monster-Design, darüber werden wir vielleicht gleich noch reden. Dann hast du die Besetzung, gerade natürlich Ryan Reynolds ist ja ein Kassenmagnet, wenn er will. Dann haben wir Steve Carell als Stimme, als Sprecher. Da ist schon wirklich sehr, sehr viel drin, das wirklich von 8 bis 88 hier in die Kinos geht. Das sieht man auch am Marketing, wenn man sich damit mal ein bisschen beschäftigt. Da gibt es ja im Marketing sogar diverse Verweise auf The Office, weil eben Steve Carell und John Krasinski da halt eben ihre Karrieren quasi gestartet haben. Gut, jetzt haben wir viel drum herum geredet. Jetzt lassen wir mal über einen eigentlichen Film sprechen. Und zwar If, der am 16. Mai in den deutschen Kinos startet. Und Zero, kannst du uns eben ganz kurz und grob beschreiben, If, worum geht es denn? Ich kann es auch zusammenfassen wie John Krasinski und Ryan Reynolds. Es ist ein Real-Life-Pixar-Film. Das wäre glaube ich ein bisschen zu kurz, ne? Wir haben die zwölfjährige Bär, deren Mutter ist gerade verstorben und ihr Vater ist jetzt auch im Krankenhaus und die lebt dann jetzt bei ihrer Großmutter in New York, in Brooklyn. Und ja, sie kann auf einmal halt jetzt statt tote Leute, kann sie halt imaginäre Freunde sehen und hat dann über sich auch noch einen Nachbarn, Kerl, gespielt von Ryan Reynolds, der sie dann da so mit ranführt, was das für imaginäre Freunde sind, warum die da sind. Und das ist eigentlich diese ganze Geschichte um die imaginären Freunde. Und du hast halt noch zwei, drei Nebengeschichten um die Großmutter, um den Vater. Ja, das ist so grob die Sache. Sie sieht halt imaginäre Freunde. Da hätte ich noch eine Zwischenfrage. Ist das bei uns in Deutschland, ich hatte glaube keinen imaginären Freund. Ist das so ein US-Ding? Ich glaube, dass es von Kind zu Kind unterschiedlich ist. Also ich meine mich erinnern zu können, als Kind hatte ich jetzt keinen festen imaginären Freund. Mein Gott, wie das klingt. Aber ich habe mir als Kind schon mal durchaus fantasiert, dass da jetzt irgendwelche Leute oder halt Freunde ich an meiner Seite habe. Von daher glaube ich einfach mal, das ist jetzt kein rein US-spezifisches Ding. Aber so wie der Film es darstellt, dass wirklich jedes Kind sowas hat, ich glaube, das ist jetzt auch übertrieben. Das wurde, glaube ich, dann auch vereinfacht. Also wie wir im Rheinland sagen, lieber Zero, jeder Jack ist anders. Jeder Jack ist anders, okay. Gut, dann wissen wir jetzt auf jeden Fall, worum es in If-imaginäre Freunde geht. Und ich fange gleich mal an mit einer Kritik des Films. Du hast ja gesagt, dass die Mutter stirbt. Das erfahren wir auch im Prolog. Und dann ist der Vater aber dann im Krankenhaus. Im Film wird nur gesagt, wegen einem gebrochenen Herzen. Also nicht, man hat irgendeinen Herzfehler. Ich finde aber auch, da macht der Film schon eine Sache relativ deutlich. Und das Drehbuch, was auch von Lukas Krasinski stammt, ist echt nicht so gut. Also ich hatte wirklich Probleme bei dem Film, am Anfang zu verstehen, wie was jetzt ist. Ich dachte, warum ist die jetzt im Krankenhaus? Hä, der Vater ist im Krankenhaus? Was ist denn mit der Mutter? Ach, die Mutter ist tot? Ich finde, dass der Film nicht nur in der Sache, sondern in ganz vielen anderen Sachen einen relativ schlechten Job macht, mir als Zuschauer zu erklären, was jetzt gerade Phase ist. Wie hast du das empfunden? Genauso. Gerade die ersten zwei Drittel passiert irgendwie dann weder gar nichts wirklich oder halt viel zu viel auf einmal. Und das rusht dann so richtig durch, wo man dann da sitzt und sich denkt, okay, ja, okay, ich kaufe das jetzt mal. Das sind imaginäre Freunde. Aber es fehlt irgendwie immer so ein bisschen der Zusammenhang. Man musste halt da wirklich, das finde ich glaube ich gerade für Kinder dann schwierig, dass man sich das zusammensetzt. So, ach so, das ist genau so und so. Und ja, ich glaube in dem Punkt setzt er dann halt wirklich nur auf dieses, ähm, den süßenes Faktor halt der If-Figuren und scheißt dann ein bisschen auf die Story. Ja, also ich finde halt, dass der Film an und für sich eine sehr simple Geschichte erzählt, aber er erzielt sich halt sehr kompliziert. Und das ist auch, wie ich finde, ja, es bringt den Film halt öfters zu Fall. Und ich weiß nicht, wie es bei dir war. Ich habe ihn in einem Kinosaal gesehen, wo wirklich sehr, sehr viele Kinder mit dabei waren. Und auch wenn die Kinder dann nach der Vorstellung alle gesagt haben, das war der beste Film, den sie je gesehen haben, seien wir ehrlich, das sagen sie glaube ich fast immer, wenn sie aus dem Kino kommen. No Affront. Aber während der Vorstellung bei uns war es wirklich so, dass die Hälfte der Kinder auch wirklich gefühlt alle fünf Minuten rausgelaufen ist. Und nicht nur aufs Klo, weil das Klo war vom Kinosaal etwas länger entfernt, die kamen sehr schnell zurück. Das heißt, du konntest relativ schnell ausmachen. Die sind rausgegangen vermutlich, weil der Film sie nicht so gepackt hat. Wie war es bei dir? Hattest du die Erfahrung auch gemacht oder wie war deine Vorstellung? Also in Hamburg gibt es jetzt das ungeschriebene Gesetz, wenn Zero im Kino ist, wo Kinder auch sein dürfen, kommen keine Kinder. Es waren nicht so viele Kinder da. To Glücksfels. Ja, also mal so, mal so. Also ein paar Filme vorher war es ganz interessant. Weil eben dann mal so die Kinder danach zu sehen oder auch zu hören, was die so zu sagen zum Film. Die werden dann auch immer nett gefragt von einem Pressevertreter. Ich glaube, es waren nur drei Kinder, wenn überhaupt da. Und auch dann alle schon so, wenn ab zwölf, dreizehn. Und die waren relativ, ich sag's mal, manierlich und haben sich den Film in Ruhe angeguckt. Und ja, haben halt sich gefreut, so ein bisschen wie es aussah. Aber nicht mehr, nicht weniger als bei jedem Durchschnittsfilm. Okay, also ich hatte das in Anführungszeichen Glück halt eben, dass ich da die Erfahrung gemacht habe, dass die Kinder aus meiner Perspektive sich jetzt nicht so dem Film hingegeben haben, was halt eben nicht so für den Film spricht. Und ich würde es tatsächlich darauf, ja, darauf zurückführen, dass der halt einfach erzählerisch nicht so wirklich einen Drive entwickelt. Selbst wenn es dann mal losgeht, wirkte das nie so, dass ich das Gefühl habe, ich bekomme ja was, was aus einem Guss ist. Also diese Bay oder Bär und ihr Nachbar, der Kel, das dauert auch Ewigkeiten, bis der Mann irgendwie auftaucht. Ich hab mich irgendwann erwischt bei dem Film und dachte, sag mal, Ryan Reynolds sucht die Hauptrolle, wo bleibt der eigentlich? Und selbst wenn es gleich innerhalb der wahren Zeit vielleicht nur 10, 15 Minuten sind, bis er auftaucht, es fühlt sich im Film dann schon wesentlich länger an. Also zumindest ja ging es mir so. Es fühlte sich für mich auch irgendwie anfangs an, dass man einen ganz anderen Film erst kriegt, was ja nicht schlimm gewesen wäre. Gerade dieses, ja, eigentlich Trauern, da hab ich gedacht, okay, cool, jetzt ist der Vater auch im Krankenhaus, mal gucken, was da jetzt kommt. Großmutter sieht jetzt auch nicht wie die Jüngste aus, vielleicht passiert da auch noch was. Aber ja, dann kommt der andere Part irgendwann auch einmal dann so reingeschlittert und dann, okay, ja, jetzt haben wir das. Ja, der ist da so sehr unaustariert in seinen Storylines. Vielleicht hätte er doch wen schreiben lassen sollen. Ja, und vor allem, was ich auch finde, es gibt halt, ich nenne es mal so eine Art Geheimnis um die Figur des Cal, also Ryan Reynolds Figur. Und seien wir ehrlich, wenn du halt drei Filme gesehen hast deinem Leben, weißt du schon, worauf es hinauslaufen wird. Wir wollen das jetzt hier aber nicht verraten, der große Plot ist, vielleicht werdet ihr davon überrascht. Aber ich fand das immer so müßig, dass der Film immer wieder versucht hat, so dieses Geheimnis so hervorzuheben. Und hm, was könnte Calvin sein? Wer könnte Calvin sein? Und du sitzt da, oder ich saß da die ganze Zeit und dachte, Leute, es ist so klar, wer dieser Calvin eigentlich ist. Das müsste jetzt nicht noch weiter ausbauen, aber sie tun es halt. Und das sorgt auch mit dafür, dass dieser Film sich einfach unglaublich schnarchig anfühlt, finde ich. Ja, der hat, wie vorhin erwähnt, außer diesem Sweetness-Faktor, hat er für mich nicht so viel geboten, weil lahme Story, unüberraschend. Ja, und ich fand's, also für mich war's halt schade, ich hätte gerne, oder ich werde ihn auf jeden Fall irgendwann nochmal im OV mir anschauen. Vielleicht bringt er mir dann ein bisschen mehr, weil dann erkennt man ja auch nur wirklich die ganzen, das sind ja Darstellerriege, also da sind die Avenger neidisch. Neidisch. Und dann kommt er vielleicht ein bisschen besser, aber so war das halt, ja, okay, da ist die Stimme, die kenne ich aus Deutschland, die, hm, und dann hört's auch schon wieder auf. Und das hat's auch vielleicht ein bisschen genommen von diesem Star-Appeal, den sie ja groß aufgebaut haben für den Film. Ich muss auch ehrlicherweise sagen, ähm, also du hast es schon erwähnt, wir haben, ich hab ihn auch in der deutschen Fassung gesehen, ähm, und ich finde, die deutsche Synchro, gerade bei diesen Ifs, ist teilweise nicht besonders gelungen. Also nichts gegen Rickavanian, aber wenn ich mir vorstelle, ich hab ja durch die Promotion auch die Originalfassung so stellenweise, das heißt in Ausschnittweise gesehen, ich finde, dass dieser Blue, das ist ja so der Haupt-If, dieses große, blaue, haarige Monster, was auch ganz süß und knuddelig ist, aber da klingt halt Steve Carell um einiges cooler und einiges passender als Rickavanian und dann gibt's auch dieses If, diese Blossom, die ja mit, äh, Cal und Blue zusammenhaust, da fand ich die deutsche Stimme, ich weiß nicht, wer sie spricht, aber auch sehr, sehr unpassend. Ich finde tatsächlich, klar, wenn du ein Kinder hast und gehst mit denen ins Kino, äh, wirst du wahrscheinlich nicht in die OV-Fassung gehen, aber wenn euch der Film interessiert, äh, und ihr der englischen Sprache mächtig seid, dann kann ich, glaube ich, schon sagen, guckt euch den lieber in der OV an, denn ich fand die deutsche Stimme gerade halt eben bei den Ifs nicht so gelungen, sag ich ganz ehrlich. Ja, und da haben sie, ich hab da auch ein bisschen nebenbei halt das Marketing mir angeschaut, okay, angeschaut, du wirst ja erschlagen, wenn du ein YouTube-Video aufmachst teilweise davon, äh, ja, wenn du dann halt so, ich glaube auch Influencer da einmal mit reinpackst, die es halt nicht ganz so drauf haben, dann fällt das halt dann doch irgendwann mal auf in den Filmen und hier hat man's halt gesehen, dass da Leute da mit am Start sind, ja, ist halt schön und nett für die mal, aber für so einen Film ist kein Bonus, den dann anzugucken. Es gibt aber auch ein paar Sachen, die ich dem Film jetzt wirklich auch mal zugutehalten möchte, ich hab jetzt viel geschimpft, oder wir haben viel geschimpft, was ich zum Beispiel sehr, sehr schön finde, es wird ja irgendwann diese Welt der Ifs aufgemacht und wir treffen halt diverse imaginäre Freunde und ich war wirklich überrascht, dass das halt wirklich eine kreative Arbeit dann ist, die wir zu sehen bekommen. Diese Ifs sind nämlich wirklich, äh, also es sind klassische Sachen wie ein sprechender Teddybär, es sind auch abgefahrene Sachen wie ein schmelzender Marshmallow, aber was nicht vorkommt, es sind keine Marken. Also ich hatte so ein bisschen die Befürchtung, das wird wieder wie eine Art Lego-Film oder so, dass du halt eben, oder eine Art Toy Story, hier hast du das Produkt, was als If fungiert, hier hast du das Produkt, was als If fungiert, aber nein, das sind wirklich, ja, kreative Erzeugnisse, die wir da zu sehen bekommen. Das hat mir ganz gut gefallen, auch wenn ich sagen muss, so richtig mitreißend war es nicht, aber ich hatte halt wirklich damit gerecht, das wird so eine Art als Film versteckter Dauerwerbespot. Das ist es aber nicht geworden und dafür schon mal dickes Danke. Daumen hoch. Aber, ja, ähm, ich fand, wie gesagt, diese ganzen If-Figuren selber, die fand ich alle wirklich ganz süß und auch wirklich fantasievoll, wie du schon sagst, ähm, äh, da reingepackt. Ja, aber fehlt mir wirklich da ganz stark an Fleisch, obwohl da schon die einen, der eine oder andere Joke, der hat schon auch gezogen, also da musste ich auch lachen, das kann man nicht sagen, dass er komplett unlustig ist, der hat da schon seine guten Szenen, die man aber auch teilweise schon leider im Trailer gesehen hat, wenn man sich den angeschaut hat, das, äh, da verballert er das auch. Ja, wobei man sagt ja auch, ein guter Film, der wirklich gut ist und rund ist, da lachst du auch bei Jokes, die du schon kennst. Und, äh, das, ja, also ich hab bei If tatsächlich, glaub ich, nur so einen Halmtrailer gesehen, ähm, aber ich hab nicht viel gelacht. Ich hab am lautesten gelacht bei wirklich der, also der beste Gag, den möchte ich hier nicht verraten, ich sag nur so viel, ähm, schaut euch mal den Abspann an, die Castliste und schaut euch mal ganz am Schluss an, wer da introduced wird. Das war für mich der beste Gag, ähm, ich war der Einzige, der diesen Gag anscheinend wahrgenommen hat bei uns in der Vorstellung, aber ich musste wirklich laut lachen, das war der beste Gag und es ist schon ein bisschen, es spricht nicht gerade für den Film, wenn, wenn ich sage, der beste Gag ist im Abspann. Es ist ein, ein leichter Meta-Gag, aber ich, ich hab den auch erst später im, nicht im Abspann hab ich's gar nicht so richtig mitgekriegt, äh, aber später zu Hause beim Nachrecherchieren ich so, ah, ah, okay, da war das, hm, ha, 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 nee, aber das ist schon eigentlich ganz lustig. Ja, ähm, ansonsten muss ich halt sagen, If ist jetzt kein Film, der mir weh tut, das ist jetzt kein Film, der mich zornig macht, äh, oder sonst wie, aber das ist auch kein Film, der mich in irgendeiner Art und Weise mitreißt oder begeistert. Ich kann mir einfach, also, das heißt, ich kann mir nicht vorstellen, natürlich ist der schon für ein junges Publikum eher gemacht, wie gesagt, natürlich auch so, dass auch die Eltern mit reingehen, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass der halt einfach funktioniert, weil er dafür einfach nicht gut genug erzählt ist. Und John Krasinski, ich sag's ganz ehrlich, ähm, ich mag A Quiet Place, äh, 1 und 2 ganz gerne, aber das sind auch Filme, die, glaub ich, mehr von ihrer Grundidee und den Figuren und den Schauspielern leben als von der Regie. Und ich muss auch sagen, ähm, es gibt so 1, 2 nette Einfälle, gerade wenn die Figur von Ryan Reynolds in dieser If-Welt, äh, einmal wirklich quer durch die Fantasterei, ja, geschleust wird, sag ich mal, da gibt's wirklich ein paar sehr schöne Szenen, aber alles in allem hatte ich nie das Gefühl, dass John Krasinski das Potenzial, was in dieser imaginären Freundeswelt steckt, auch nur ansatzweise ausschöpfen kann. Ging es dir da auch so? Ja, hin und wieder kam das so ein bisschen vor, wie, ähm, ich musste immer so an Vergleichsdinger denken, da gibt's ja so Filme früher, die so richtige Klassiker sind, so wie Mary Poppins, und da dachte ich, ja, äh, sowas in die Richtung wäre ja cool, aber die Kurve nimmt er halt nicht. Und dann dachte ich, ach man, schade, schade, das wäre so schön, so ein richtig schönes neues Mary Poppins. Er hat halt wirklich viel Fantasie drin, aber er verkackt's, er verkackt's dann einfach. Und, äh, ja, der Mann von Emily Blunt, wie man ihn auch liebevoll nennt, der, ja, ich weiß auch nicht. Ich seh den gerne, ich seh den auch gerne in Interviews, aber wie du schon sagst, also regietechnisch, ist ja halt, wie der Film auch meiner Meinung nach, der ist so okay, ist halt einfach okay. Was ich halt so schade finde, weil dieser Film vor der Grundidee her, ist halt einfach, also, da ist ja Potenzial drin, Ommas, also für einen kreativen, launigen Film, der auch mal ein bisschen, bisschen mehr bietet als das obligatorische Nord 15 Hollywood Kino, aber das, 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 wie gesagt, das schöpft er hier einfach nicht aus. Das ist, ich dachte mir irgendwann, als ich den Film, als ich den sah, okay, das ist eigentlich im Grunde total nett, total schön, total kreativ, total verspielt und auch einzigartig, aber ich glaube wirklich, es ist der falsche Regisseur. Ich meine, was, was wirklich ist, weil er hat ja auch das Drehbuch geschrieben, aber ich dachte mir wirklich, ey, das Drehbuch, lass es mal umschreiben und die Regie führt dann bitte mal jemand wie ein Spike Jonze oder ein Michel Gondry und dann hättest du, glaube ich, dein echtes Brett gehabt, ein Brett, was zu Herzen geht, was aber auch dich so begeistern kann durch seine schiere Kreativität, die dir entgegenspringt, aber das, was John Krasinski da abliefert, ist es halt so, ja, business as usual und ich, ich bin halt in der Hinsicht auch ein bisschen verblüfft, dass er es dann auch nicht mal richtig hinbekommt, den Film so zu gestalten, erzählerisch zumindest, dass der auch wirklich, in Anführungszeichen, kindertauglich ist, denn ich glaube nicht, dass der kindertauglich erzählt ist, nicht weil da irgendwie total krasse Sachen passieren, die nicht so Kinder sind, aber ich finde halt einfach, dass der sich, dass der so einen ganz, ganz behäbigen Drive hat und wie gesagt, ich erwähnte das schon bei mir in der Vorstellung, die Kiddies sind andauernd rausgelaufen und das nicht auf dem Klo, sondern einfach, weil der Film sie halt nicht bekommen hat. Ja, er schafft halt nicht die erwachsenen Themen, die er halt auch besprechen will, der Film, für Kinder, ja, on the nose, also richtig, richtig reinzudrücken, damit die auch irgendwie wissen, um was geht es in dem Film überhaupt. Für die ist halt wirklich nur das Visuelle da, zwei, drei, vier Jokes und der Rest ist ja eher so, ja, doch schon, ja, unterschwellig ist es für Erwachsenheit leider auch nicht, weil die Musik drückt einen ja auch rein, du musst jetzt traurig sein. Was ich sagen muss, das hat bei mir natürlich mal wie immer geklappt, ich hatte Tränen in den Augen vor dem Ende, aber das ist jetzt auch nicht so schwierig und kein Merkmal für einen guten oder schlechten Film. Ja, ein bisschen, ein bisschen mehr nicht Liebe, jetzt finde ich das Wort auch nicht, sondern ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Können wäre schön gewesen. Es ist schon irgendwie ein bisschen traurig, weil alleine auf dem Blatt Papier liest sich das halt echt gut. Du hast Ryan Reynolds, der, das sollte man vielleicht auch erwähnt, haben, da hatte ich eben die größte Angst. Ich mag ja Ryan Reynolds, ja, ich mag ihn wirklich sehr, aber ich kann halt diese Ryan Reynolds Art nicht mehr so richtig abhaben, dieses Deadpool mäßige, alles mit dem Auge zinkern versehen, ja, das ist bei Deadpool natürlich passend, aber er hat es ja wirklich in den letzten Jahren in jedem seiner Filme gemacht und darauf hatte ich jetzt echt keinen Bock und da muss ich sagen, Chapeau, Ryan Reynolds, ich sage nicht, dass er da irgendwie eine herausragende darstelle Leistung hervorbringt, aber er verzichtet halt auf dieses Augenzwinkern. Er gibt sich halt in Anführungszeichen dem Film hin, ohne seine Ryan Reynolds Tour abzuziehen. Und dass ich das mal lobend erwähne, zeigt mir jetzt auch recht deutlich, der Mann kann halt was, aber der muss wirklich mal aus seiner Komfortzone raus, eine Komfortzone, die er jetzt in Wolverine und Deadpool dann wieder aufsuchen wird. Ja, ich fand ihn auch angenehm, nicht Reynoldsig, also das konnte man mal wieder gut sehen, was ich spannend fand, war das mit dem Mädel, wie heißt sie, Kaylee Fleming, die fand ich wirklich gut, also die hat mich nicht genervt, das ist ja kann öfter mal passieren, dass so Kinderdarsteller oder die Figuren einen dann so, ach nee, ist die jetzt nervig, Mensch, warum macht die denn das dumme Ding? Die war ansprechend angenehm, hat ihr Ding super durchgezogen, wie empfandest du sie? Ich fand sie auch ganz angenehm, also allgemein muss ich sagen, von den Darstellern her, gibt es da niemanden, der für mich jetzt besonders negativ herausgestochen ist, da ist das Drehbuch halt einfach mit Schuld, wenn da eine Figur dabei war, die ich nicht so geil fand. Ich fand es auch ganz nett, den Bobby Moynihan zu sehen, das ist der, der ist Anhängerin von Blue nachher und was ich auch noch sagen kann, ich finde auch es sehr überraschend, dass der Film von Janusz Kaminski geschossen worden ist, dem Stammkamera-Mann von Steven Spielberg, das, wo ich am Anfang echt überrascht war, weil ich dachte, ach der Kaminski dreht auch ohne Spielberg, das wusste ich gar nicht, dachte eigentlich, dass in den letzten 20, 30 Jahren der nur mit Spielberg dreht, ich meine, genug zu tun mit ihm hat er ja und ich finde, dass der Film optisch schon was Spielbergerisches hat, wobei ich auch sagen muss, irgendwann fand ich diese hochpolierte, immer leicht schwammige Optik, bisschen nervig, muss ich sagen, also es war auch sehr lensflairig. Man könnte auch sagen, dass J.J. Abrams da vielleicht mit inszeniert hat. Ich habe mir das dann irgendwie so erklärt, das ist ja für die Fantasiewelt ein bisschen nicht ganz so deutlich, das bin ich nicht ganz so klar, da habe ich mir das ein bisschen mit zusammengelogen. Ja, ja. Und zu deiner, hier zu der Kelly Fleming, was ich noch erwähnen kann, das fand ich sehr lustig, nach dem Film habe ich gehört, wie ein, ich würde sagen, der Junge war höchstens zehn Jahre alt, der kannte sie dann auch, weil sie wohl schon seit längerer Zeit als Schauspieler aktiv ist. Ich glaube, sie hat sogar bei den neuen Star-Wars-Filmen irgendwie mitgespielt und dann meinte der Junge nur zu seinem Kumpel, ja, die kenne ich aus The Walking Dead. Und ich dachte mir, okay, wie alt bist du? Aber tatsächlich, die spielte, ich glaube, die Tochter von Rick Grimes in der zehnten und elften Staffel. Hat eine Tochter? Da ist sie wohl bekannt. Ich habe bei The Walking Dead irgendwann bin ich ausgestiegen, aber ich meine, dass er noch eine Tochter bekommen hat. Ich bin da, wie gesagt, raus. Bei Star Wars wusste ich auch nur, später beim Nachlesen, die spielt die Junge, wie heißt Ray. Da ist sie mir aber auch nicht super aufgefallen, aber hier fand ich es halt wirklich gut. Und was ich beim Film ganz kurz noch mit reinschieben will, ist, es ist ja super, dass da so viele Leute mit im Cast sind, aber die kriegen natürlich alle teilweise auch nicht mehr als ein Cameo, ne? Das sind so große Namen und die hast du dann halt auch für, wenn überhaupt, paar Minuten kurz mal im Bild. Das ist halt auch ein bisschen schade und ein bisschen verschwendet, ne? Ach, auf der anderen Seite, mit Namen verkaufst du halt eben auch Tickets und was man auch sagen kann, in dieser E-Feld gibt es ja so einen alten Teddybär, der wird im Original gesprochen von Louis Gossett Jr., der, glaube ich, dann auch kurz nach Beendigung des Drehs dann auch gestorben ist. Also wenn ihr zumindest Louis Gossett Jr.'s Stimme noch mal hören wollt, dann guckt euch den Film im Originalton an, weil der, der Bär hat schon so eine gewisse Ausstrahlung. Das fand ich eigentlich auch ganz, ganz niedlich und ganz süß. Aber ansonsten, um nochmal auf die Monster oder auf die imaginaren Freunde einzugehen, das ist schon ein nettes Design, dieser Blue, dieser Haupt-If, nenne ich mal. Ich weiß nicht, wie es dir da geht, ich fand den irgendwie, der ist halt riesengroß und knuddelig und blau, wirkt so ein bisschen als ob er eine Mischung aus Grobi und Samsung, aber der war mir irgendwie immer zu groß. Ich hab mich dann immer so gefragt, ja, wie passt der denn da überhaupt rein? Und bei einigen Szenen, wenn er halt mit den Leuten unterwegs ist, finde ich es auch ein bisschen beachtlich, dass der einfach durch die Straße gehen kann und alle gehen dann eben vorbei, obwohl er ja nur ein If ist. Aber das sind so Logikfragen, die für mich jetzt den Film nicht schlechter oder besser machen, aber wenn ich einen Film gucke und mir darüber Gedanken mache, ist es ein sehr gutes Zeichen dafür, dass der Film mich in irgendeiner Art und Weise nicht dort abholt, wo er mich abholen sollte. Er lässt dir halt immer viel Spielraum einfach mal, also wenn man in der PV das Handy benutzen könnte, ich glaube, ich hätte schon hin und wieder mal das Handy geguckt, weil der Film bietet halt ja diese Zeit, ne, so, mh, okay, ja, interessiert mich jetzt gerade nicht, so was los ist. Ach ja, schön, äh, hier, McDonalds hat, äh, Gutscheine. Ja, ist, wir drehen uns da im Kreis, das ist halt die Story, ne, die es nicht rund macht und schade. Ja, also, das ist glaube ich auch, wo ich sagen muss, dass das der klare Schwachpunkt ist, die Geschichte, die im Roben vielversprechend klingt, aber in der Umsetzung her hapert es da leider gewaltig, ähm, und von daher glaube ich, haben wir jetzt auch alles breit getreten und gesagt und können zu einem Fazit kommen, außer du möchtest noch irgendwas anderes loswerden. Nö. Dann, lieber Zero, dein Fazit zu If, imaginäre Freunde? Ja, mein Fazit ist da auch relativ simpel gestrickt, wie der, wie der Film, hätte auch eigentlich mehr sein sollen. Es ist als Hybrid-Animation, Live-Action, finde ich es wirklich nett und auch sehr anschaulich, gerade von den Bildern. Äh, die Sentimentalität, die mit reinspielt, die hat mich zumindest, äh, zum Ende abgeholt, aber er verliert sich halt vollkommen in der Geschichte, die halt nicht komplett austariert ist. Bei mir ist es ähnlich, außer dass sich mich die Sentimentalitäten, so heißt das Wort, äh, nicht, nicht bekommen haben, das ist, das war nicht meine Baustelle, aber ich war schon, also auch wenn ich, wie gesagt, ganz klar sage, das ist kein ärgerlicher Film, aber ich war schon wirklich, wirklich sehr enttäuscht von diesem Film. Nicht nur halt eben, weil er da ordentliches Potenzial verschenkt, sondern weil er halt einfach so, er, da fehlt mir irgendwie das, um es mal ein bisschen, mit ein bisschen Passion zu sagen, das Feuer fehlt mir da einfach. Ähm, und das ist sehr schade und ich kann mir auch, wie gesagt, nicht vorstellen, dass der, ähm, bei einem jungen Publikum so gut funktioniert. Mal schauen, am 16. Mai startet er in den Kinos, ähm, dann werden wir mehr wissen. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Telegram, Deskript ist überall, wo es Likes und Kommentare gibt und Podcast natürlich. Ähm, außerdem haben wir eine eigene Webseite, www.tele-stammtisch.de, könnt ihr gerne mal drauf gucken, da kriegt ihr alle unsere Podcasts und noch mehr, unter anderem auch ein paar Gewinnspiele, schaut da gerne mal rein. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören, ich sage Tschüss, der Zero sagt dann jetzt auch noch Tschüss und darf noch ein bisschen Eigenwärmung machen. Tschüss. Ja, ich werde immer angehalten, Eigenwärmung zu machen. Ähm, natürlich könnt ihr, wenn ihr von mir mehr sehen und auch hören wollt, bei Instagram auf Zero Famous nachschauen. Oder auch, äh, ich mache ja nicht nur den super nicen Podcast mit dem Tele-Stammtisch, nein, auch Filmtieftauchen, der Filmpodcast mit historischem Faktencheck, ist halt auch überall, wo du was auf die Löffel kriegst im Podcast-Bereich. Da könnt ihr auch mal reinhören und dann, ähm, widme ich jetzt nicht wieder meinen imaginären Freunden und sag Tschüss. Ist schon ein bisschen seltsam dafür, dass du mein imaginärer Freund bist, bist du sehr aktiv in der real existierenden Welt, merke ich gerade, oder irgendwas läuft da schief. Warte mal, bin ich vielleicht der imaginäre Freund? Oh mein Gott. Ich hab dich noch nie in Real Life gesehen, vielleicht ist es so. Ich höre Stimmen in meinem Zimmer. Du hast mich auch noch nie mit Batman zusammengesehen. Sehr geehrte Damen und Herren, wertes Publikum, liebe Hörende, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und Zeit. Ich hoffe sehr, euch hat gefallen, was ihr gerade gehört habt. Wir, die Redaktion des Tele-Stammtisch, betreiben ein semi-professionelles Podcast-Projekt zum Selbstmitmachen. Also meldet euch bei uns, wir beißen auf. Außerdem freuen wir uns immer über Feedback via Social Media und E-Mail sowie euren finanziellen Support. Ebenso frohlocken wir förmliche Bewertungen auf den gängigen Podcast-Plattformen. Wer möchte, darf uns gern immer und überall empfehlen. Alle relevanten Links findet ihr in den Show Notes. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Andi. Vielen Dank.